ich weiß hallo und willkommen ich bin meister lenzer und you're watching get germanized und heute mal auf deutsch heiße kartoffel challenge ja die erste heiße kartoffel dave natürlich auch und wir sind heute hier mit blog dave und mit dem julian stell dich doch mal vor wie heißt der kanal ja ich bin der julian ich mache gaming videos auf youtube unter dem namen und voll geil auch wie du das machst finde ich also schon ziemlich erotisch und bei dave gibt es auch videos genau ich mache auch verschiedene videos über die deutsche sprache und kultur wie ihr vielleicht ja schon bist und heute ja vergehen wir uns an scharfen so sind so ist es nämlich dreiteilige videoserie den ersten teil gibt es bei mir auf der jubel heißt dann gibt es bei juju den zweiten teil und beim blog dave im dritten teil und der wird wahrscheinlich auch der krasseste könnte ich mir gut vorstellen wenn wir dann alle am ächzen und keuchen sind also viel spaß schon mal wir beantworten fragen willst du die regeln erklären ja also es wird wie folgt sein wir haben hier acht verschiedene soßen mit verschiedenen schärfegraben und darunter sind jeweils drei fragen zu verschiedenen kategorien und die werden also ich stelle euch ich bin der moderator und ich werde heute auch nicht leiden und mit einer buzzer app sehen wir dann wer die antwort liefert wer richtig hat kriegt entsprechend die punkte und wer falsch hat der muss leiden so ist es ja dann würde ich sagen legen wir los und auf die plätze fertig scharf jawohl los geht's denn ich habe voll bock ja wie ihr schon wisst oder vielleicht auch nicht haben wir das erwähnt dass wir baza haben aus dem bei dir haben es erwähnt ja jedes mal wenn einer von uns die antwort weiß was hat er und wer der erste ist darf halt antworten und der andere muss dann theoretisch eine scharfe soße essen oder wenn der der gebasert hat falsch antwortet muss er auch eine scharfe soße essen richtig ja machen wir so ja also müssen so oder so scharfe so müssen ja alles klar damit ich kann jetzt nicht einschätzen was sie so wissen also vielleicht wissen sie alle fragen und deswegen musste er der verlierer sozusagen dann immer essen weil sonst würde ja nie jemand ist okay also wenn ihr bereit seid machen wir noch einmal kurz nur damit das hier auch alles verläuft einfach einmal kurz bitte einmal besser noch mal das wird sich dann so anhören super und ich werde dann hier angezeigt bekommen der verletzt erster gedrückt als zweiter und ja der erste muss dann antworten hatte ein paar sekunden zeit wir machen jetzt kein strenges zeit limit aber ich sage natürlich irgendwann okay gut bist du bereit bist du bereit ja geht so gut es ist natürlich die frage wer fängt an ich würde sagen du fängst an würde mit einem video anfangen okay wir haben wir also die soße 1 die soße 1 ist dafür habe ich hier diesen schlauen zettel noch mal dabei jalapeno und dattel ist die schwächste von denen also sollte nicht so schlimm werden und da haben wir hier drei kategorien und du darfst dir die erste frage aussuchen aus den kategorien games geografie und kino geografie bin ich nicht gut deswegen nämlich kino wenn ich wahrscheinlich auch nicht gut aber ich mache das jetzt einfach mal also ich werde euch jetzt beiden die frage vorlesen ja und ich habe ja auch den antwort die haben jetzt schon nervös wir sind bei schwierigkeit 1 also die frage lautet welchen titel trägt die fünfte star wars episode episode 5 ja ich weiß du mit deinen scheiß prequels scheiße wie heißt sie noch mal also quasi episode 2 von der ersten drei also ich bin richtig nervös gerade ich dachte dass jetzt wenn du dann klar sein müssen beide essen ja ich weiß ich weiß einen titel gerade aber ich weiß nicht und ich weiß auch den von der danach aber den gerade nicht ich sage jetzt einfach mal was weil ich werde ich wette das ist das ist eigentlich episode 4 wahrscheinlich sogar the phantom menace oder ist das für die antwort ist und das hat mich ein bisschen enttäuscht weil ich das erst gestern in deiner instagram story gesehen habe die empire strikes back es war das moment der kino he fucked up oh nein ich habe die gerade in meinem kopf das hätte ich gewusst nein warum habe ich das denn gemacht das stimmt nein nein das ist so peinlich ich bin ein großer star wars fan das kommt nur wegen dieser druck geschichte damit geht auf jeden fall schon mal ein punkt an dave so ich habe mir gar kein zettel mit dem punkt von nein ja so ein dreck das tut mir ehrlich leid das weiß ich eigentlich hör auf rum zu jammern na na dann du hast dann der grüne fleck ach so wollen wir den teller noch mal kurz zeigen ja wenn du um den muss das ist ja jetzt der im urzeiger sind quasi aus unserer sicht na ja du musst jetzt natürlich auch fair einschätzen ob das jetzt so wenig war doch das ist das ist nix also auch die soße glaube ich sagt er jetzt noch das geht dann ist aber gut also ich glaube den schärferen wäre das genug gewesen bei der könnte man ein bisschen mehr das ist nicht so schlimm ich kann euch natürlich auch noch diesen tollen japanischen roten pfeffer hier hinstellen nur für den fall danke vielleicht ja das war gar nicht so schlimm wie er weitet aber ich schäme mich immer noch dass ich das eben falsch beantwortet haben ja dann können wir gleich weiter mit der zweiten frage machen wir können ja sie eigentlich hier schämen ding 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 die katze mit dem glocken armband ja du musst auch erwähnen warum habe ich doch ja jetzt so völlig auf kontext hier die können uns schämen und dann machen wir weiter ich hab's auch gerade erwähnt du das entscheidend zwischen games und geografie das bleibt noch über das wäre ramses games wie heißt ramses mit nachnamen tja kommt drauf an welcher von welchem entwickler stammen unter anderem folgende videospiele heavy rain detroit become human keine ahnung habe ich nicht spielen beyond two souls ja ich kenne dies habe ich gespielt und heavyweilheit ja geil keine ahnung könnte ich raten mehr nicht das ist mir auch eingefallen aber ich glaube nicht dass es das ist also die antwort ist ja wollte ich gerade sagen ja dann viel spaß die ist nicht so wild die soße ich hatte so ein bisschen damit gerechnet dass du jetzt fragst okay welcher entwickler hat allen weight gemacht das hätte ich nicht nur entwickler und sowas außer bei den richtig großen games die auch noch spielte wie feiner wenn der sie sieben oder sowas ist mir den teller wieder hoch halten oder wie machen wir das nein wir haben das ja nur einmal kurz gezeigt okay nimm dir einen guten pommes und guten ab ich nehme mir 1 gute 1 gutes pommes gelogen hey du hast meine gabel benutzt bist du ein volltrottel warum ich hab keine zwei du scheiß corona mensch hier die liegt ja extra auf meiner seite ja du hast ich hab überhaupt nicht gesehen die war so halb versunken unter den dingern mann 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 was denkst du angenehme schärfe okay tatsächlich finde ich gut also nicht störend wir können auch direkt weitergehen zu dem nächsten so dann will ich jetzt natürlich aus das geografie als nächstes kommt du das dann bei der zweiten auswählen sollten wir zwischendurch trotzdem ein bisschen milch trinken zur neutralisierung nein wie machen wir das vielleicht zwischen den soßen ja wir haben ja noch einmal diese ach so hier kommt die frage zur kategorie geografie hasse ich okay wie heißt die hauptstadt von australien ich weiß dass es nicht das war was ich erst gedacht habe das stimmt nicht das ist gar keine stark aber es ist nicht so schlimm er hat falsch gemacht deswegen allein okay okay das ist aber kein leiden das ist voll okay okay im prinzip gecrashed ich weiß die einfachste scheiße nicht mehr also mps tracks back das hast du vor zwei tagen oder so eine instagram story beantwortet ja ich weiß aber wenn ich hier unter druck sitze funktioniert mein gehirn nicht mehr warum auch immer es ist schön dass ihr drucker naja wegen den scheiß so sind ich habe angst davor ich esse nicht oft so richtig ich esse auch lieber rind hast du recht deutsche wortwitze ihr dürft dann jetzt einmal kurz neutralisieren denn es geht weiter mit soße nummer zwei und während die beiden trinken erkläre ich euch schon mal soße nummer zwei wird scotch bonnet und karibische gewürze stufe zwei klingt richtig gut diese wie viel skogen ist eine gute frage das nicht auf dem zettel genau sagt das ein bisschen sonst mal dabei wenn du es weißt das sind zwei flammen es stand irgendwo drauf habe ich glaube nur bei der bestellung egal okay wo du darfst wieder entscheiden welche kategorie ja vielleicht klamiere ich mich diesmal nicht ich weiß schon was er nimmt wir haben heute netflix preise und daten netflix natürlich das war so klar preise und daten wer wird denn da die frage zu netflix kommt jetzt wie heißt der anwalt aus breaking bad saw goodman mit bürgerlichem namen jimmy ich weiß es ich weiß es die nachnamen auch ich will immer jimmy felon sagen wegen dem moderaten ist das deine antwort nein ist natürlich nicht jimmy be good scheiße ne weiß ich nicht dann die richtige antwort ist jimmy mcgill ach ja mcgill genau man ja auch schon lange nicht geguckt aber ja aktuell läuft und die ist gut ja tatsächlich gut sehr schöne frage die jene ja genau ich glaube da kannst du auch noch die ist nicht so gut drauf verstehst du bist vielleicht auch bald nicht mehr so gut drauf wenn wir hier angekommen sind ja die merkt man schon ein bisschen mehr die habe ich noch nicht probiert ich habe ich habe bisher die probiert und die probiert aber denkt man denke ich habe die ganz schöne ein gewählt gerade ja ja vielleicht aber der so ist ja auch gar nicht diese zwei punkte war meine november nicht falsch antwort und durchaus entscheiden erstmal zwischen preise und daten 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 seid ihr bereit nein okay das ist eine schöne frage stelle ich nämlich gerne bei solchen quiz ist habe ich schon mal auf einem anderen quiz gemacht weil für mich ist die allgemeinwissen aber ich habe oft gemerkt für viele nicht deswegen kommt hier die frage in welchem jahr und ich frage extra nicht nach dem tag auch wenn ich den auch wissen fand der sturm auf die bastille im rahmen der französischen revolution statt 1789 und die antwort ist ich war schon mal der tag ist auf jeden fall der 14 juli aber war nicht gefragt der 14 juli 1789 und 1789 das wisst ihr doch nur wegen assassin's creed also den tag sehen noch mal tatsächlich nicht gewusst aber vielleicht zum sommer oder sollte ich noch geschätzt ich sehe mich schon einfach jede soße probieren die ganze zeit dann kommen wir zur letzten frage von dieser coolen soße unter der kategorie preise welche organisation vergibt die oscars die organisation vielleicht wusste nicht sonst wüsste ich nicht die akademie jetzt die akademie halt ja also ich lasse es gelten die akademie ja bis ok waren da genug dran wusstest worauf hinaus holen dieser punkt wie dank ich aber endlich mal ein punkt das noch diese so ist ein interessanter aber gut damit haben wir einen aktuellen zwischenstand von fünf punkte dave zu vier punkte wo gar nicht so viel unterschied gut immerhin die großpunkte kommen erst auch wenn ich ziemlich dumm fühle momentan so legen so im basis fragen aber gut ist gut dies ja zum fruchtigen geschmack finde ich auch ja das wird dann wahrscheinlich entweder der scotch sein oder aber ich merke schon du atmest ja weil ich ich mag das also ich mag scharfe sachen ist naja dann sagst du jetzt noch weil dieser soße weil so viele daraus sind ja dann würde ich sagen neutralisiert noch mal und für dieses video kommen noch zwei fragen aber schön dass das video also mein kanal ist wo das ist wo ich richtig abkacke bei den fragen ja damit deine zuschauer wissen wie klug du bist ja danke damit sind wir jetzt bei der dritten so sagen gekommen die dritte namens chipotle und ananas klingt für mich richtig geil tatsächlich ziemlich guter gourmet chili soße steht da ja auch das da steht auch gourmet also wird das wieder so eine schmackhaftere sein die ich stehe nämlich stark steht auch gourmet auch gourmet auch gourmet auch gourmet das ist nicht mehr gourmet da können wir schon mal drauf da steht auch scharf wieder ja na gut ok google du darfst wieder entscheiden wir haben die kategorie biologie wirtschaft und sex bio und jetzt kommt die frage biologie wie nennt sich der grüne farbstoff in pflanzen der für die fotosynthese zuständig ist buchkopf nur für die richtige antwort ist ich habe ich nicht schlecht ich hatte es auf der zunge aber du warst zu schnell viel spaß drei punkte für dich drei haben wir sieben zu fünf jetzt ist los so wird die führung übernommen der bräunliche klicks da unten rechts hoch das gut schießt mehr ganz schön ordentlich aufgeladen auf jeden fall auf das ding das hat ein bisschen mehr was von so nahm grillsauce finde ich möchte bordele ist ja lecker ja man dann und scharf wie scharf also ehrlich gesagt ich habe jetzt nicht wenig drauf gehabt würde ich jetzt mal behaupten aber die habe ich bisher mehr gemerkt da wo scharf draufsteht oder was oder die die habe ich mehr gemerkt als die jetzt hier ja meine ja hier steht nicht scharf und da steht gourmet wieder da hast du auch wesentlich mehr genommen als von der vielleicht muss man wirklich bei der ersten hälfte noch mehr na guck mal erst mal die letzte frage dass wir schon die letzte frage für dieses video so schnell geht es vorüber du darfst entscheiden zwischen wirtschaft und sex ich glaube ich nehme wirtschaft tatsächlich gute einstiegsfragen für das nächste video frage wirtschaft eure basse sind frei welche firma ist bezüglich der anzahl von verkäufen der nach wie vor stärkste automobilhersteller nach wie vor meinst du jetzt generell deutsch oder amerikanische als alles general motors general motors ist deine antwort und die richtige antwort ist toyota echt krass das hätte ich jetzt auch nicht gedacht ehrlich gesagt du hast auch geboren was hättest du gesagt ich hätte tatsächlich mercedes gesagt weil dazu ja sehr sehr viele andere marken auf gehören also audi porsche ja also zu realis zu daimler daimler quasi aber mercedes gehört mehr daimler doch doch die können also ist es eigentlich klüger wenn man sich nicht sicher ist und man merkt der andere sich auch nicht sicher einfach nicht zu buzzern aber wenn man keiner war seid müsst ihr beide ja aber dann gibt es auch keine punkte nur für den einen das system an fehler aber das werde ich nicht nutzen du darfst bin ich mal gespannt wie dir die schmeckt die kartoffel die kartoffel lecker also eher wie so eine barbecue größe das ist wohl ja der fehler im system ich bin der fehler im system bei verwechselt ja das war das letzte schon dafür heute das video ja dann vielen dank fürs zusehen danke dass ihr dabei zugeschaut haben wie ich mein mächtiges gehirn in den sand gesetzt habe für den großteil dieses videos wir machen wir weiter und ich hoffe dass ich da besser abschneide und wichtig ist jetzt kommt noch das richtige auto ja das richtige auto was wir nicht vorher aufgenommen haben nein leute übrigens sehr voll geil die soße die schärfste die genauso viel gekostet hat wie das ganze set wurde netterweise gesponsert von der band jujus bruder auf dust and nations geile musik dankeschön übrigens okay wie ihr sehen könnt war das geht schon krass die nächste folge ja gut ganz ehrlich wir nehmen gerade das auto direkt auf damit uns im video und nicht direkt die tränen aus den augen strömen und unsere köpfe so rot sind das habt ihr gleich oder habt ihr schon gesehen wahrscheinlich oder seht ihr gleich im zweiten video mal gucken schaut auf jeden fall beim juju vorbei juju ist auch autor und hat coole bücher die backfire post apocalyptic series mit zombies richtig geiler scheiß die könnt ihr irgendwann kaufen und wenn es soweit sein sollte dann sind sie auch in der video beschreibung verlinkt oder wo können sie die noch finden da hast du dann wahrscheinlich eine facebook seite auf backfire-books.com perfekt ja dann würde ich sagen schaut auch bei dave vorbei bei vlog dave da gibt es richtig geile videos über die deutschsprach und kultur und einen wirklichen anderen scheiß weil er bock auf alles hat ja und irgendwann in der zukunft auch ein buch aber das dauert noch ein bisschen ja wir haben uns sogar mal abgesprochen und wollten vielleicht sogar eins zusammenschreiben mal gucken ob wir das noch hinkriegen auf jeden fall vielen dank fürs zusehen werdet kanalmitglied wäre geil klickt auf join und so und immer abgesehen davon ja don't forget to get you goodbye and out wiedersehen abgesehen davon weißt du ja hey katze willst du unsere kamera töten ja ich glaube die leute denken sich dazwischen